Carlotta und Mo sitzen im Wohnzimmer. Sie machen sich Sorgen um Jonas, der schon seit Ewigkeiten mit den Einkäufen hätte zu Hause sein müssen. Da klingelt das Telefon. Es ist Jonas, sagt Mo. Im Krankenhaus? Ausgerutscht im Schneematsch? Mit dem Fahrrad? Wie viel Liter? Acht Liter Blut hast du verloren? Mo legt auf. Naja, seinen Hang zum Übertreiben kennt man ja. Aber ich mach mir trotzdem Sorgen. Komm, wir fahren ins Krankenhaus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017